hallo grüß gott zu dieser kurzen demo zur power plattform und ludwigs neuem vw beetle was machen wir heute naja vielleicht kennt der ein oder andere noch dieses gefährt hier aus den filmen in den 50er oder 60ern und wie ihr seht ist das ein bisschen rostig geworden und da haben sich unsere ingenieure jetzt einfach mal überlegt hey wir brauchen ein neues modell wir müssen was neues entwickeln und haben den prototyp designt und um jetzt diesen prototypen sozusagen herstellen zu können brauchen sie neue teile und dass die noch nicht gibt fragen setzt die einfach an bei berühmten lieferanten die ich jetzt hier einfach aus dem internet mal genommen habe so was machen dann diese lieferanten naja die gehen her nehmen unsere beschreibungen die wir denen geschickt haben und verarbeiten die dann das heißt die machen uns dann angebot schicken das dann per e mail wenn dieses angebot eingeht dann nehmen wir power automate den bilder und natürlich am sharepoint um das erst mal abzuspeichern und zu verarbeiten dann geht es weiter dann wollen wir natürlich irgendwo ja schauen ob die angebote richtig sind ob da alles inkludiert ist das machen wir mit einer power app und einem eingebauten copilot studio bot dann geht es zur genehmigung im schritt 4 und ja dann nutzen wir power automate und auch die standard power app funktionen um dann im schritt 5 6 und 7 zu kontrollieren ob der prozess effektiv dargestellt ist ob es verbesserungsmöglichkeiten gibt und um auch power bi dashboards zu generieren mit deren hilfe wird das ganze dann noch tiefergehend analysieren und dann vielleicht auch an bestimmte manager weiterleiten können und diesen ganzen prozess den will ich jetzt nicht nur hier auf folien beschreiben sondern den will ich euch kurz zeigen wie man den abbilden kann so wir legen los und ich spiele jetzt als erstes die rolle eines dieser lieferanten und dieser lieferant der schickt jetzt hier an diese zentrale mailbox ein angebot mit einem kurzen text also sehr kurzen text in dem fall schicke ich einfach los und dann geht das innerhalb von ein paar sekunden hoffentlich dann auf meiner mailbox hier ein das heißt das ist jetzt diese zentrale mailbox auf der die angebote eingehen und sobald die eingehen nutzen wir dann power automate man sieht hier hier ist was neues gekommen und der flow den ich jetzt hierfür benutze um diese eingehende e mail zu verarbeiten das ist der hier ja was macht dieser flow naja der nimmt einfach diesen anhang und stellt ihn auf sharepoint so das ist jetzt hier mein sharepoint da seht ihr ja ich habe schon ein paar angebote vorher bekommen man sieht hier auch dass die schon verarbeitet und ausgelesen wurden am anfang ist das aber nicht so man sieht dass jetzt hier hier ist jetzt diese neue quote schon reingekommen und die spalten die ihr jetzt hier auf der rechten seite seht die sind leer wie fühlen wir die naja das machen wir mit hilfe von verschiedenen modellen die habe ich jetzt mal hier aufgelistet das was ich verwendet habe ist das letzte jetzt hier ja wie funktioniert das relativ einfach ich hab's mal oder manchmal hier mal auf das ist im prinzip ihr ladet ein paar dokumente hoch ich habe glaube ich hier drei oder vier von diesen dokumenten hochgeladen und dann werden die verarbeitet mit dem modell und dann werden bestimmte informationen ausgelesen dauert hier eine sekunde bis es da ist und ihr seht schon auf der rechten seite ich lese dann so etwas aus wie lieferant land preis und so weiter das macht jetzt hier dieses modell und schreibt dann diese werte in die verschiedenen spalten ja ich mag jetzt dieses modell nicht verändern damit meine demo nicht kaputt geht aber ich kann euch mal zeigen anhand von einem anderen modell wie das funktioniert und zwar habe ich da hier dieses out of the box invoice processing genommen das heißt es gibt ja so ein standard modell das kennt ihr vielleicht aus dem ai bilder wo ja die die modelle vordefiniert sind und da lade ich jetzt einfach rechnungen hoch jetzt diese rechnung und dann seht ihr gleich auf der rechten seite was hier extrahiert wird und was der findet also das ist schon jede menge ohne dass ich irgendwas mache und selbst wenn ich große fehler mache also große in anführungszeichen wenn ich einfach fehler mache zum beispiel beim scannen wird es da hier auf dieser rechnung wo ich einfach nicht aufgepasst habe wie die wie die orientierung ist dann findet er das trotzdem also hier auf der rechten seite könnt ihr sehen hey das wird ja identifiziert und erfindet das raus also super einfach wie man das händeln kann und was dann passiert ist im prinzip sieht man jetzt auch schon hier bei meiner quote 7 wie die anderen felder jetzt hier gefüllt wurden also und damit kann ich jetzt loslegen damit kann ich jetzt auf meinen ingenieur zu gehen und sagen hey hier ist ein neues angebot schaust mal durch und natürlich will ich jetzt nicht hier dass der auf sharepoint am rum wurstelt in anführungszeichen sondern ich habe dafür eine kleine app gebaut in dieser app schauen wir uns mal kurz an habe ich jetzt einfach beispielhaft vier verschiedene buttons rein wo ich jetzt mir zum beispiel als design ingenieur diese angebote anschauen kann ich kann die hier auf öffnen ich kann data refreshen wenn was neues da gekommen ist ja sehen wir jetzt schon hier ich kann das ablehnen wenn ich sage hey das gefällt mir gar nicht oder ich kann es abrufen aber bevor wir das abrufen habe ich jetzt hier auf der unteren seite so einen kleinen custom copilot reingebaut den ich mit copilot studio selber gebaut und da will ich jetzt verschiedene informationen abfragen jetzt können wir zum beispiel mal her und sagen so und dann wird er mich fragen um welchen lieferanten geht es denn kontinental so und jetzt die frage ist smart sensor included in the quote and what is smart sensor so diese informationen die haben wir jetzt über das vorherige modell auf sharepoint nicht ausgelesen das heißt diese custom copilot hat jetzt ein plug-in und damit geht er in das dokument rein und sucht jetzt das raus ja also das macht er jetzt wirklich hier zur laufzeit und gibt uns die informationen jetzt hier zurück ja und natürlich kann ich auch andere fragen noch stellen weil ich habe jetzt mein copilot so konfiguriert dass er auch fragen zum beispiel über vw beantworten kann ja also zum beispiel what is the latest volkswagen model schauen ob er da was finden kann und natürlich ist das interessant für uns weil wenn ich jetzt diesen beetle hier designe und mache welcher sich erstellen dass es hier nichts anderes gibt also hier gibt es scheinbar was es gibt auch links dazu man kann die seiten öffnen ja das heißt ich habe jetzt hier verweise und bekommt dann irgendwo modelle und kann mir die anschauen und kann noch weitere fragen stellen das lassen wir jetzt mal aus zeitgründen und ich sage jetzt einfach okay passt soweit und dann mache jetzt hier das first level approval das läuft dann weiter das heißt es gibt jetzt hier dann einen genehmigungsschritt den dann mein einkaufsleiter zum beispiel machen muss er sieht jetzt auch dieses angebot ja und er kann jetzt hier dann wieder prüfen er kann das ablehnen kann das auch im sharepoint öffnen oder mit dem dokument chatten wir lassen das alles mal wir sagen second level approval machen wir ja und was dann passiert ist folgendes wenn wir das jetzt hier refreshen dann geht das natürlich durch und läuft jetzt hier in so eine maske wo wir die erprüften ja elemente haben und natürlich kann ich dann auch im hintergrund weiter weil dahinter stehen natürlich flows ja ich zeige euch die nochmal das sind die verschiedenen flows die ich hier habe und dahinter kann ich dann natürlich auch her gehen und zum beispiel sagen okay nach dem second level approval aktualisiere ich da was zum beispiel in einer in einem erp system oder so also dann baue ich halt einfach einen unserer 1200 plus konnektoren die wir haben ein und sagt okay jetzt generieren wir einen datensatz zum beispiel in sap oder in einem dynamics erp system ja das ist jetzt bei mir der letzte schritt jetzt hier einer der letzten schritte das zeige ich jetzt nicht im detail ich glaube ihr habt einen eindruck gewonnen wie das funktioniert mit den flows ja auch das können wir machen und hier nochmal ein kurzer ausflug in unser copilot studio in unserem bord wie ich das gemacht habe und natürlich seht ihr jetzt hier die verschiedenen seiten die ich genutzt habe um jetzt nach den modellen zu fragen oder um andere informationen von vw abzufragen in meinem fall weil ich will ja sicherstellen dass mein beetle nicht gerade schon auf dem markt ist und das schon ein paar andere kollegen gemacht haben und auch hier vielleicht nochmal in den actions hier sehen wir jetzt nochmal dieses plug-in das ich benutzt habe ganz einfach um die informationen aus dem dokument noch mal rauszuholen und da nachzufragen ob da ein smart sensor inkludiert ist oder nicht gut dann gibt es noch einen weiteren tipp oder kleinen trick wenn wir jetzt hier sind ja in unserem power automate flow dann hat der ein oder andere das vielleicht schon gesehen hier oben gibt es einen process mining button ja was kann man damit machen wenn ich da draufklick dauert ein paar minuten ein zwei minuten und dann wird mir ein power bi dashboard erstellt was ist das ich habe das mal hier schon vorbereitet dass wir da nicht warten müssen das ist jetzt wirklich ein process mining dashboard das hier mit power bi generiert ist das ist natürlich dynamisch das heißt wenn ich jetzt hier draufklick verändern sich die anderen ansichten ja ich kann mir das aber auch anpassen das heißt ich kann das in mit power bi mit einem workspace verknüpfen und dann mir meine eigenen kacheln da reinbauen und weitere dinge machen bevor ich aber eine anpassung macht interessiert mich vielleicht hey ja was ist denn überhaupt mit diesem process mining weil ich habe das vielleicht noch nie gemacht und auf der rechten seite seht ihr jetzt hier meinen copilot und da habe ich jetzt nach verschiedenen informationen gefragt also was ist zum beispiel mein bottleneck oder address my bottleneck das sind jetzt einfach standard plugins die hier aufrufen könnt und ihr seht jetzt hier unten habe ich einen vorschlag bekommen einen flow zu generieren oder zu verbessern ja weil anstatt jetzt irgendwie die info auszulesen dann auf sharepoint zu stellen gibt es vielleicht ein bisschen was schlaueres wo ich sagen kann ja man könnte ja den genehmigung schritt weiter vorne machen oder weiter hinten ja ich gebe das jetzt einfach hier so rüber das ist jetzt auch ein copilot und der macht uns jetzt verschiedene vorschläge ja wir diesen flow alternativ gestalten könnte ja hier ist ein hier ist ein vorschlag man kann sich jetzt hier unten auch alternative anzeigen lassen aber ich sage das passt für mich ja jetzt sagen wir next dann prüft er hast du die verbindungen dazu und wenn das alles passt dann generiert er mir jetzt hier diesen beispiel flow und den kann ich dann anpassen ja einmal natürlich muss ich hier verschiedene parameter angeben zum beispiel auf welcher sharepoint document library liegt das dokument ja wer darf da abrufen welchen approval step gibt es und so weiter ja aber ihr seht auch das habe ich wieder hier im zugriff mit dem copilot und ich kann jetzt hier wieder fragen hilf mir mal diesen flow fertigzustellen ja also auch hier sehen wir copilot und jetzt wenn wir hier nochmal kurz zurückgehen können wir natürlich hier auf power bi gehen wenn ich das mache öffnet sich diese seite jetzt hier entsprechend und ich kann dann hier meine anpassungen machen ich habe dann hier drin natürlich auch wieder ein copilot den mir helfen kann diesen report zu gestalten und natürlich kann ich alle möglichkeiten die hier in power bi habe und in fabric dann entsprechend nutzen gut das war es jetzt soweit für diese demo jetzt gehen wir zurück in meine powerpoint und schließen das hier ab so nach dieser demo fragt ihr euch vielleicht ja was ist denn da jetzt insgesamt rausgekommen und ja ich habe jetzt mal mit künstlicher intelligenz hier so ein bildchen generiert des neuen ludwig vw beatles der natürlich reif ist für die rennstrecke in einem ganz modernen stadt auf ja auf unserem planeten das war es auch schon wieder soweit und wie immer vielen dank fürs zuhören und zuschauen und wenn ihr fragen habt oder anmerkungen dann könnt ihr mich entweder per e mail oder auf dieser webseite hier erreichen